Hallo und willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video dreht sich alles darum, wie man richtig für andere betet. Diese Frage kam von einem meiner YouTube-Abonnenten, dem Spiritual Man. Der hat natürlich zu meinem letzten Video, wo ich über das richtige Beten, wie man wirklich richtig betet, natürlich die Frage geäußert, wie bete ich für andere, wenn ich dadurch noch viel besser in diese hohe Schwingung komme und sogar einen Profit davon habe, nämlich auch indirekt für mich bete. Ja, für andere zu beten, da gibt es verschiedene Techniken. Die einfachste ist von Neville Goddard, wo ich mir einen anderen Menschen vorstelle, wie er voller Freude erzählt, dass sein Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Und dabei versuche ich auch, dieses intensive Gefühl zu füllen, dass er in diesem inneren Bild gerade ausstrahlt. Eine andere sehr gute Technik ist die des Segnens. Vielleicht kennst du das noch nicht oder hast du das nur ganz schwach im Hinterkopf, noch in Erinnerung, wie das funktioniert. Im Prinzip schicke ich alles Gute und Liebe durch mich hindurch zu jemand anderem. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt weiser oder besser bin, sondern ich wünsche dem wie Licht, Freude, Glück, was auch immer. Und man kann sich da wirklich gerne die Handbewegung vorstellen, als ob man aus den Händen Lichtströmen hat und das jemand anderem schickt. Ja, und eine dritte Technik, die verwende ich sehr gerne. Da denke ich einfach nur an diesen anderen Menschen und stelle ihn mir vor, als ob er so voller Freude und Glück ist, dass er richtig gehend aufleuchtet. Also wie so eine Energiewolke, eine ganz helle. Ein ganz helles Licht und ja, ich bin davon überzeugt, dass egal welche Technik du anwendest, vielleicht auch eine traditionellere, wichtig dabei ist wirklich dieses intensive Gefühl der Freude und den anderen glücklich zu sehen, dann klappt das auch. Und wie schon erwähnt, dann hat es auch diesen positiven Effekt für dich selbst. Ja, soviel zum Richtigbeten für andere. Noch mehr Videos als Antwort auf meine Userfragen folgen noch. Also abonniere gerne den Kanal oder stelle auch gerne eine eigene Frage. Vielleicht gibt es ja noch etwas, was dich beschäftigt. Ich werde dazu Videos machen. Alles Liebe von mir. Tschüss. 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 Vielen Dank.